so jetzt wird schief eine neue bedeutung bekommen das ist nämlich also mail ist überhaupt nicht mein warum muss ich das machen überhaupt für wahlke hast ja nicht zeit zu warten doch du hast ja keine zeit zu warten wenn du das möchtest ja aber moment mal nicht erst mal das vorne anschalten oder wie anschalt herzlich willkommen zu meh 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 das gras heute ganz in pink und ja in rot ja ich mein traktor steht hier ja ich weiß gar nicht genau was ich muss mal ich bin hier drin stimmt ich muss 22 ich glaube du bei manu fallen mir noch ganz andere spiel ein zb seven days to die warum na ja so pferde müssen geritten werden ja erst mal ich war erst wir müssen erst mal glaube ich muss sich erst mal um das gras kümmern da ich will jetzt erstmal hier drüben gucken weil ich glaube nämlich wo die fahren ineinander die machen die unfälle mit sich selber ja ich bin nicht mal in der nähe das wollen wir mal festhalten ja 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 glaube ich hier noch mit der graswalze rüber wenn ich mich recht entsinne dann müssen wir ganz schnell gucken dass wir die anderen wir müssen mal auf ist gucken ich weiß schon wieder nicht wir müssen auf ist gucken der war schon wieder ein haken drin was wir was wir pflanzen müssen ich habe dir per whatsapp eine nachricht ich muss das jetzt wieder raussuchen ja weißt du wie viele zettel ich hier habe ja wir haben jetzt september müssen wir jetzt noch irgendwas ich weiß nicht mehr ob wir alles schon angesäht haben was also was ist denn da drüben auf dem feld überhaupt ich schicke dir noch mal ein nein nein ein foto noch einmal eben aussteigen macht mal schicke dir noch einmal ein foto und ich habe mich von mir selber mensch naja ich glaube du von dir schießt auf nein nein so was ist denn hier hier ist weizen drauf okay sie haben post ja also ich weiß das große gras muss ich das große feld müssen wir noch ähm walzen mit der walze genau ich bin gerade ich sammle gerade den rest ein und dann müssen wir auf die kleinen felder na richtig so warte man muss man eben auf diese liste gucken wir als wenn wir in hamburg lück haben gibt es gleich gewetter nähe es gibt es morgen michael das gibt es morgen glaube nicht dass da heute noch was kommt hallo proxima einen wunderschönen guten abend hallo proxima also 38 hab ich das denn schon sauber gemacht steigt da einfach so ein ne ist ihr 40 41 sind das die die noch bepflanzen ich glaube ja was 39 40 41 lauf solange du noch kannst 39 mon 40 roggen und 41 lavendel also mon anonymos hat anonymos ich weiß nicht wer du bist anonymos wirst du letzter zeit sehr oft hier anonymos ich danke dir wird ein zapfe proxima das dankeschön proxima jetzt auch schon im zweiten monat bei uns morgens dankeschön dankeschön märz tausend 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 tagen also wir haben september gerste haben wir schon gepflanzt ne so warte mal haben wir die gepflanzt laut wetter online stimmt das mit dem gleich okay also wenn ich weg bin das liegt am gewitter anonymos ja genau vielen dank das ist toll proxima dankeschön dass auch du danke sagst das finde ich toll also die 38 ist ja gut also dann müssen wir nicht die schilder die drei die werden nur aber ernten wird dann waren wir jetzt ersten september haben wir auch hier was haben wir aufträge ein und das ist immer ledigen unkrautbekämpften aktiv der ist aktiv ja den haben wir schon im dritten stream jetzt aktiv ja auch wie schön es ist wieder normal im chat schreiben zu können das war wohl erst heute morgen behoben ja ich habe ja gestern ging gar nichts gegen ging echt fast gar bei niemanden mehr was ja ich hab auch geguckt gehabt erdnüsse die erdnüsse der komische verlieferung erdnüsse nein nein wir haben gar keine erdnüsse wir haben es alle mit dem wird online bestellen kann man das eh nicht ich muss immer nehmen was vor der tür ist ich auch wirklich und das ist echt problematisch wohl war ja gut wir hatten ja irgendwie weiß ich gar nicht ein kleines feld da haben wir ja gesagt machen wir die kann man nicht hochheben die olle wald sind das ist ja echt zum jammern die olle wald ja guck dir die guck dir das mal an ja die hochheben ja du kannst sie nicht anheben das ist immer wieder das gleiche theater warum nicht das verstehe ich nicht man weiß doch nicht alles nieder was einem in die quere kommt wie war ich denn noch noch verwirrt ja das ja ja nicht am wetter hast du was was kurve gekriegt ne aber grandios ja ne ja doch komm wer kann der kann ja dacke schön Rebecca für die Kaffe dacke schön Mann wie komm ich denn jetzt hier rum machen so ja ich ich war ja schon wieder also jetzt muss ich gleich mal gucken also wie kriegt man denn ach das macht man auch mit ihm ja muss ganz mal was gucken nein nein ich mach keine ich mach keine was wenn du mit der walze flieger mäuse erwischt gibt es wie der schnitzel frisch vom feld aber das mega lecker und du musst noch nicht mal lange mehr drauf rum knoppen merken jeder oh cool das muss ich mal drehen was 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 philip hat das dings verlängert so aha na dein glück lieber philipp das dankeschön oh guck mal du kannst schon wieder cola 10 liter eimer das ist ich finde das gut ich sauf jetzt nur noch aus dem trock danke hat eigentlich sonja was gesagt ob sie heute abend wieder wegen kaffee kommt da muss ich nämlich noch schnell einzubereiten äh weiß gar nicht das ist auch mal so ne sache ich weiß jetzt nicht genau ob sie heute feiert hat ich hab hier heute morgen hat sie von mir gehabt das ist so beliebt von dir mhm wo ist meine deiner ja meine nein du hast keinen bekommen ne seh ich merke ich so jetzt werden wir mal was gucken alt das merke ich dass ich keinen bekommen habe aber warum nicht ja nö ja nö ist klar so also also hier ist es fertig jetzt ich fahr den muss ich ja sowieso dahin fahren aber ich muss mal was wolltest du nicht dahinten dings machen heu gras was auch immer ähm ja einfällt machen wir auf jeden fall heu aber dann müssen wir sowieso erstmal nähen ich muss aber mal was gucken so oh 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 unsere zuschauer alles jungspunde alle kriegen also hier im raum kriegen alle mädels also du nicht ich will auch muster da alles rein und kompost zu machen ja genau sie sie ist für mich nämlich das linke muss rein um kompost zu machen weil das in der mitte meine ich das rechte in der mitte steht weil steht was du zum kompost machst warum steht da priorität haben stellt irgendwas gedrückt nein das ist priorität ist schon schon also jetzt weiß ich will zu trennen okay wir werden mal ich muss wir werden das mal testen kompost machen wo ist mein auto oder wir machen mal genau was ja sie können sie können die gehörten ich habe zeugen einst du bist ja ich habe zeugen für was dass du ich habe zeugen dafür dass du ein schimpf ich muss bei den krempeln die waren da noch mal was du hast du hast wirklich heute gehirn brand oder wie kriegt man denn wie kriegt denn das den ihr mittel hier raus weiß dass jemand woraus aus meinem aus deinem was aus meinem auto die drücken wahrscheinlich nein weiß dass jemand ich müsste mal dass sie die mittel hier raus holen ja bei uns geht das nicht also doch ich habe mal gesehen wie schnell die bauern gras mähen können ja nicht geht da hätte ich nicht 85 mit wenn du aber mehr woran trotzdem aber mehr haben wir ja nicht wir haben ja nur also wo bist du ach so du weißt da durch die gegend ich weiß mich durch die gegend ja ich werde jetzt mal hier irgendwas ist aber auch nett ausgedrückt von dir das weißt du ne was man ja nur so das ist es war sehr freundlich weiß gar nicht wohin vor lauter glückseligkeit nein nein das sollte nicht so jetzt sagen wir mal hier ich nähe jetzt sagt das wird ja das wird ein riesen spaß hurra also der märme relativ schnell und da hast du 85 gesehen 85 gras trugs bonus oder was weil du gerade 85 gesagt hast ich habe gesagt man macht echt jetzt die ernsthaft jetzt du hast eben gerade was gesagt mit 85 erklärt doch nicht für komplett bescheuert ich nicht aber mich alles ist schneller als war du ja 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 genau ehrlich gesagt das ist das hier überhaupt gras nicht dass ich hier irgendwelches korn aber ernte man meinen mal gucken ist gras und hat hier was dann überhaupt erste eier so jetzt werden wir mal gucken also das hält wo ich jetzt hier stehe welches fällt ist denn das so was denn wie verwirrt man eine blondine und gebe ja eine landkarte die 39 schmeißen man den komposter und die 41 dann machen wir mal rei ja mal mit der 40 was du möchtest wie du hast du meinst bärter 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 ist weg wie meint das jetzt für mich ja erst nach vorne hier machen wir mehr berg aufklappen so und senken jetzt wird schief eine neue bedeutung bekommen das ist nämlich also mail ist überhaupt nicht mein warum muss ich das machen überhaupt für wahlke hast ja nicht zeit zu warten doch du hast ja keine zeit zu warten wenn du das jetzt mal wieder ja moment mal nicht erst mal das vorne anschalten oder wie anschalt ich würde aber erst anschalten wenn du am rand bist du nicht einfach so jetzt hinten senken warte ablage ist schon was abgeschnitten hier ja ja was das ja an ja ja so sagte ich ja ja zu mir ist das jetzt angeschaltet hinten das weiß ich nicht meist irgendwas raus so dann machen wir mal gucken warum können wir so schnell aber das ist nicht mal weg mit steuerung gehen beide vorne und hinten mit steuerung die größer geht geht raus mit strom aber ich mache ja hier mit er hat kein strom ja dann nehmen wir das mal im kreis jetzt hier oder lässt und kreis oder mehr doch im kreis wenn du das für richtig behältst das sieht ja schon mal richtig ja aber ich weiß jetzt nicht so genau jetzt habe ich schon wieder vergessen was mir mit dem gras von hier jetzt hast du den beweis warum sie als fluchtwagen fahre ausfällt wieso ich bahne mir mein weg jetzt hast du den beweis warum sie als fluchtwagen fahre ausfällt ich nehme eigentlich also das ist ihre aufgabe ich mache das nicht ich mache das jetzt nur damit wir da machst du das hier aus wenn du dich drehst oder natürlich wie beides alles beides ja ne also ne ja ich arbeite korrekt ich habe andere andere geschenkt andere jetzt auch schon 15 der monat lasse dankeschön dankeschön anonymus ich weiß nicht wie anonymus aber ich muss mal einsammeln das hier das einsammeln kannst du schon selber machen was du da verbrochen hast ich ich weiß zwar nur deine verweise des internet nicht gut ist aber du musst das nicht noch unterstützen liebe grüße liebe grüße ging an dich raus liebe gritt dein abendessen ist jetzt fertig sie sollte mit strong arbeiten in dem moment dachte ich an dich und hab mal liebe komische rausgehauen tipptopp ist fluchtwagen fahren fluchtwagen wegen unvorhersehbarkeiten bei der verfolge auf nein noch schlimmer also wer wissen möchte welchen umstand diese fluchtwagen geschichte hat muss sich definitiv die die zapsisten folgen angucken die bei mir auf dem youtube kanal laufen ich weiß nicht in weiß welcher folge also werdet ihr alle gucken müssen wie schlau wie ich bin ne das weiß ich auch gar nicht mehr ich weiß ich weiß es tatsächlich nicht also schlau wie ich bin sage ich jetzt mal ihr müsst alle gucken um die richtige den richtigen kontext zu finden warum manu niemals mein fluchtwagenfahrer wird also ich weiß gar nicht was du hast meine jetzt sind meine linien auf gerade boah ist das welt fällt schief natürlich sich natürlich ja ist auch nicht schlimm und ich schieße auch ein bisschen übers weg das muss man mal auch fähre halber sagen fähre halber fähre halber fähre halber achso die brutzelt wirklich das gehirn in subsistence ja jetzt die nächsten folgen die kommen sollten bezüglich der fluchtwagen geschichte geschaut werden so ich grüße mit strong zurück aber noch ohne quad ja gott sei es gedankt mal da wie gerade die linien sind ich bin fast stolz auf dich ja nix zu weckern ne ich habe heute geben sagt ich bin fast stolz auf dich mama so will ich das hören toll klasse oh ach so schlecht sieht das gar nicht aus wenn du die außenränder nicht so scheiße behandelt hättest ja aber da konnte das ja nicht jedes mal hochheben ja ich mach das doch auch nein 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 ich hebe mein beinchen immer ja ich mag hier nix dann holt man mir ein mit den toten ja dafür habe ich ja schon gesorgt dass ich mir die einhole hm ich habe stimmt gut allerdings gibt es das ist echt wie die bäume äh ollie ist heute nicht da nein der ollie ist heute nicht da mittwochs ja eigentlich nie nee mittwochs ey was ist denn das gemäht denn ich hab gemäht wie geht es meine liebe manu so fragte andré gut bisschen warm ne aber sonst davon abgesehen gut man verliert so ein paar gehirnzellen bei der hitze aber naja ja 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 ja